Der Mensch ist keine Nummer. Prinzessinnen mit Sternen darf man nicht umbringen. Der kleine Adam. Der Planet Sushu Ho. Der 14. November 1943. Der kleine... Ich darf das Wort eigentlich gar nicht sagen, aber... Es steht da drin, ist eigentlich eine Beleidigung. Der kleine Zigeuner von Jitka Lodeova. Unabsichtlich hatte ich das Werk von jemandem zerstört. Auf dem Bürgersteig kauerte ein kleiner Junge. Kein Weißer. Aber was tut das zur Sache? Mit seinen Händen baute er hier kleine Häuser und war bis hinter die Uhren mit Matsch bedeckt. Fast schlich ich schon und noch bevor ich um die Ecke abbog, schaute ich mich um. Das, was ich zu sehen erwartet hatte, sah ich nicht. Im Gegenteil. Wie erstarrt stand ich an der Straßenecke und spähte in die Ferne. Ich schaute zu der großen Pfütze, bei der noch vor kurzem der kleine braune, aber niedliche Neujunge gespielt hatte. Der stand jetzt an der Hauswand, wischte sich mit dem Stamm verschmierten Händen die Augen und am Kopf hatte er etwas Rotes. Ich befinde mich auf dem Planeten Su-Su-Ho. Wir schreiben das Jahr 2943. Stahl, Scherge, ein Diktator, trachtet nach der Weltherrschaft. Er beherrscht bereits zwei Drittel des Planeten. Doch dort, wo er herrscht, verliert der Mensch seine Identität, hat keinen Namen mehr, nur eine Nummer, je nach Alter und Würde. Erst jetzt erhielt die Welt ihre Freiheit wieder. Die Menschen hatten Reisefreiheit, sie konnten frei handeln und für sich selbst entscheiden. Die Nummern verschwanden. Die Menschen atmeten endlich wieder auf. Verschwanden aber die Nummern wirklich aus dem menschlichen Leben? Wiederzahlen. Wie viel kostet das oder jenes? Wie viel wird es morgen kosten? Was und wie viel muss der Mensch schaffen? Um Vorschriften, die er kennen und beachten muss, gerichtet zu werden. So kam bei Mattenlicht ein neues Kind zur Welt und das Lager bekam einen neuen Häftling. Es war, als würde der kleine rot gesichtiger Mensch den dunklen Raum mit goldenem Licht erfüllen. Wie wird er heißen? Fragen die Frauen. Eigentlich weiß ich es nicht. Vielleicht nach dem Vater, stottert die Mutter vor Glück. Bring ihm lieber bei, sich an seine Nummer zu gewöhnen. Die Nazis werden ihn sowieso nicht anders benennen. Bemerkte eine alte Frau bissig.